Großen Applaus für Turoi! Schön, dass ihr da seid. Bitte, dass ihr hier seid. Ich habe euch ja eben schon erzählt, was die Jungs mir erzählt haben, dass sie nämlich wirklich eine lange Anreise hier hatten. Sie sagten mir, dass ihr hier in Deutschland hier in Deutschland musste. Wie kam ihr hier? Mit dem Boot? Erzähl mal kurz, wie seid ihr hierhergekommen? Erst haben wir das Boot von Larvik nach Chelsea, in Denmark. Und dann haben wir noch sechs Stunden nach dem Hotel gefahren. Wir waren hier im Hotel. Wir haben dort drei Stunden. Und dann haben wir wieder fünf Stunden gefahren. Okay, also die sind zwei Stunden im Boot gefahren, ja? Die mussten natürlich erstmal hier rüber setzen. Dann sind sie irgendwie fünf Stunden mit dem Auto gefahren, haben dann drei Stunden im Hotel geschlafen und sind nochmal fünf, sechs Stunden bis hierhin gefahren. Danke, dass ihr hier seid. Danke. Das ist gut. Ihr bleibt ein bisschen länger jetzt in Deutschland, ne? Ja, den ganzen Sommer, eigentlich. Die bleiben jetzt den ganzen Sommer. Wie finden wir das? Das ist cool, ne? Ja, wir sind glücklich, dass ihr mit uns bleibt. Und ihr werdet mit uns auf Tour mit uns. Also die werden mit uns auf Tour mit uns sein. Es gibt ja ein paar, die uns immer von Wochenende zu Wochenende hinterher reisen. Das freut uns sehr. Hast du noch einen Song für uns? Ja, wir haben einen Song. Ja, wir haben zwei Songs. Ja! Ja! Wollt ihr noch was hören von Two Boys? Ja! Ja? Dann lass mal einen großen Applaus! Ja! 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 Ja!